Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weiter gehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Weißt du, was unglaublich ist? Jeder von uns hat seine Notlagen. Jeder. Bei dem einen wird es Krankheit sein, beim nächsten Streitigkeiten in der Familie, ein anderer wird gerade um seine Ehe kämpfen. Und vielleicht kennst auch du jemanden, der gerade jetzt um einen Job kämpft und keinen findet. Andere wiederum sind so einsam, dass sie jeden Tag mit dem Gedanken kämpfen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Ist das, wenn man sich das mal so anschaut, nicht verrückt? Jeder von uns hat seine persönliche Notlage. Und jede Notlage stellt für diesen Menschen ein großes Gewicht dar, das er oder sie Tag für Tag trägt. Und weißt du, weshalb ich immer gerne biblische Beispiele und Vergleiche nutze, um dir zu helfen? Denn ich könnte ja auch meine eigenen Geschichten, mein eigenes Leben nehmen. Ich kenne Depressionen, ich kenne sexuellen Missbrauch, ich kenne den emotionalen Missbrauch eines Narzissten, ich kenne Essstörungen und den Wunsch, nicht mehr leben zu wollen. Doch wenn ich heute lebe, dann nur, weil ich die Wahrheiten der Bibel ernst nehme. Gott wusste, dass du heute in diesem Moment in einer Notlage stecken würdest. Und er spricht heute folgende Worte zu dir, die du in den Psalmen nachlesen kannst. Ich bin für dich Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenke ich dir meine Hilfe mehr als genug. Gott ist für dich Zuflucht. Das bedeutet, dass Gott für dich eine sichere und geschützte Rückzugsmöglichkeit ist. Gott ist für dich Schutz. Du kannst dich in genau diesen Zeiten, heute, wirklich, und das meine ich wirklich, wirklich so, auf Gott verlassen. Er spricht dir in diesem Vers seine Hilfe zu. Jetzt lass diese Wahrheit inmitten deiner Notlage auch wirklich zu. Glaube, bevor du es erlebst. Und du wirst erleben, was nur der Glaube möglich macht. Gott sieht dich in deiner Notlage. Und er sagt heute zu dir, ich möchte, dass meine Kinder glauben und nicht verzagen, weil ich deine Notlage im Griff habe. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen. Du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt. Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen. Und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst. Ein Wunder für jeden Tag.